Elfen Langenschwert, das kann weg. So, dann haben wir hier, also hier ist Tail. Zwergentanto kann auch weg. Das hier, Silberkriegsamer, weg. Breitschwert, weg. Zwergentanto, auch weg. Das hier, Breitschwert, weg. Statt, das lassen wir mal, das hat sehr viel Schaden. Also wir heben uns alles auf, was Schaden hat, so ungefähr. Das kommt weg. Auch weg. Das bleibt, das hat mindestens 20 Schaden. Weg. Das Daikatana bleibt sowieso. Wir haben jetzt nochmal. Das bleibt auch, Elfenkriegshammer. Das weg. Das auch weg. Das bleibt, das kann weg. Bleibt, bleibt, bleibt. Kann weg. Bleibt. Kann weg. Das hier, das hier ist verzaubert. Und was? Check of Trades. Ja, okay. Buch, das kann weg. Ein Silberdaikatana, das bleibt. Elfen, Breitschwert, kann weg. Was ist denn das? Ein Malachid. Oh, toll. Der bleibt. Vielleicht können wir das irgendwann mal verzaubern. Aber dieses Kurzschwert kommt weg. Auch der hier kommt weg. Was ist da? Ja, das geht auch noch. Das kommt weg. Das kommt weg. Bleibt, meine ich. Bleibt. Kommt weg. Kommt weg. Kommt weg. Das hier auch weg. Wieso haben wir ein Eisensäbel? Das ist bestimmt schon länger her, dass wir den dabei hatten. Das hier kommt weg. Weg. Langsam sinkt auch das Gewicht, das unser Wagen trägt. Weg. Ich glaube, wir hatten schon vorher über 600 Kilogramm, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. So, das bleibt. Das kann weg. Kann auch weg. Das hier weg. Hohohoho. Das ist ja krass. Das kann weg. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt vielleicht mal kurz. Okay, das klappt noch. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir das auch tragen können. Das kann weg. Star-Teil-Katana. Nein, ich habe auf Select gedrückt. Das weg. Gehalten. Weg. Auch weg. Erst recht weg. Auch weg damit. Weg. So sieht es jetzt damit aus. Das bleibt. Bleibt. Dann haben wir noch einen von diesen Zetteln. Weg. Weg. Ich frage mich, wann die ganzen Zutaten kommen. Aber wir haben sehr viel, was hier weg kann. Sehr viele schwache Waffen. Alles weg. Und vor allem die Zwergensachen sind ja viel wert. Das bleibt. 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 Komm weg. Weg. Das auch. Bleibt. Das kann weg. Das war's. Ach, der nimmt sonst nichts an. Ach, genau. Die Zutaten nimmt er nicht so rum. Ah, okay. 405 Kilogramm sind nur noch unser Punkt. 405 Kilogramm sind nur noch in dem Wagen drin. Ja. Fast 30.000 Gold schleppen wir jetzt mit uns rum. Und? 180 Kilogramm erst. Okay. Ich hatte ja Angst, dass wir so viel Gold nicht tragen können. Aber es ging auch. So, jetzt zur Bank. Die Bank war irgendwo dort vorne. Also das Video muss ich dann wirklich mal Ricola zeigen. Dass er sich das ansehen muss. Nur wegen der Musik. Mist. Ich will das Auge. 8 bis 15 Uhr. Wir haben 1536. Verdammt. Dann brauche ich ein Inn. Da links ist eins. Dann schlafen wir mal eben. Vermute ich wollen dann eh wieder alle uns töten. Das linke Gebäude ist es. Hier geht's rein. Wie sieht's eigentlich aus? Ja, criminal. Okay. Nein. Wo ist denn hier... Das hier ist nur ein Raum. Hallo? Da vorne! Ich hab dich gesucht. Talk. Äh, nein. Nicht Talk. Room. Dein Tag. Ja, okay. Ich glaube, 5 Gold können wir noch verkraften. Das ist sowieso billiger als früher. In der Arena hat sie ja immer 10 Gold gekostet. Bis später dann 9 Gold. So, vorweil. 8 Uhr. Wir haben es jetzt 15 Uhr, glaube ich. Das heißt, das wären 9... 17 Stunden. Wir werden doch nicht jetzt durchschlafen können. Tatsache. Attraction Skills Improved. 8.45 Uhr. Okay, dann möchte ich jetzt raus. Zerberhank. Was ist denn das jetzt plötzlich für eine Musik? Ich muss nach Südwesten. Äh, Südosten. Irgendwas gefährlich hier, oder was? Bank. So, liebe Bankerin. Ich möchte dir mein Geld anvertrauen. Deposit. 28.622. 400 haben wir noch. Ah, 98.084. Wir könnten uns fast das erste Boot kaufen für 100.000. Aber ich will ja das große für 200.000. So, und wie leicht sind wir jetzt wieder? Oh, 36 Kilo getragen wir nur noch mit uns rum. Oh, ich habe das Buch gar nicht verkauft. Wie viel Healers Tale? Wieso habe ich das bei mir? Ah, deshalb. Das habe ich gar nicht bei mir. So, das ist in Ordnung. So, das auch. Das auch. Und... Perfekt, okay. So, dann. Da vorne ist eine Wache. Holen wir sie uns. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Stirb einfach. Ich hoffe, da rennt jetzt kein Bürger mich rein. Okay. So. Die töte ich jetzt erstmal alle und dann versuche ich irgendwie Buße zu tun. Hat hier noch jemand Halt? Ich glaube nicht. So, hallo, du da vorne. Ich möchte Buße tun. Yes. Du, Winde, bist verabschiedet des Verrückens von Verrückung. If you plead not guilty and you are found guilty, you will face 400 gold pieces and fines and 479 days in prison. A guilty plea will invoke the mercy of the court and your penalty will be far less. How plea you? Ja, okay. Guilty. Oh, man. Das dauert so lange. 500 Tage. Bis Freiheit. Ja, eigentlich nur eineinhalb Jahre ungefähr. Kurze Zeit. Fast geschafft. Gleich sind wir frei. Oh, wir wissen schon gar nicht mehr, was Freiheit heißt. Und wenn da natürlich sind wir ein Wehrwolf. You are a criminal. Toll, danke. So, Lykantropie. So, das da. Das da. Aber es ist noch alles da, so ungefähr. Ah, und Gold habe ich nur 200 zahlen müssen. Okay. Dann speichern wir das jetzt einfach mal. Jetzt waren wir fast 500 Tage im Knast. Wahrscheinlich nur 400 Tage oder so. Ah, ich träume vom Mond. Ja, was machen wir jetzt? Hm. Was machen wir jetzt? Wie sieht es eigentlich mit Leben aus? Ah, ich muss jemanden angreifen. Wo ist denn hier eine Wache? Wache. Wache. So, das sollte ich eigentlich ausgereicht haben. Jetzt müsste hier irgendwo eine Wache sein. Sie sieht uns vermutlich nur nicht. Oder auch nicht. Wo sind die ganzen Wachen hin? Ich bin doch nur ein einsamer Beowulf, der töten will. An Anfang mal, der Objekt in your peck catches your eye. It is a letter addressed to you in an elegant flying script. How did it get there? Keine Ahnung. Aber jetzt muss ich erst einmal töten. Wachen. Wo seid ihr? Ach komm, schlagen wir nochmal da dagegen. Irgendwann kommen sie ja hoffentlich. Wachen? Ja. Müsse ich nicht eigentlich. Ah, jetzt. Da. Nichts halt. Noch irgendwo? Jemand? Irgendeiner? Ich glaube nicht. Okay. So, was haben wir denn Schönes? Die Winder. Ah, jetzt heiße ich plötzlich Garivarion. Ach, das ist jemand anderes. Das ist exakt der gleiche Brief, nur anders. Wisst ihr was? Das will ich jetzt machen. Ich möchte ein Wehrwildschwein sein, kein Wehrwolf. Oder soll ich es wieder ignorieren? Na ja. Hm. Ausdauer ist... ...reduziert. Wieso das? Hm. Wieso ist die Ausdauer jetzt so schlecht? You're healthy. Ja, wir brauchen also ein Restore-Ausdauer-Zauber. Also erst einmal zum... Ja, ich trau mich wieder vom Mond. Wo bin ich überhaupt? Ich muss jetzt erst einmal zur Bank. Die sind da rechts. Okay. Ich brauche nämlich Geld. Ich hebe einfach mal 800 Gold ab. Dann habe ich tausend. Das sollte reichen, um mir ein Restore-Ausdauer zu machen. Und dann... Na ja, soll ich die Quest machen? Ich weiß nicht. Ich wäre schon gerne ein Wehrwildschwein, aber wäre garantiert, dass wir es wieder finden. Wieder welche. Da ist die Bank. Ach egal. Einmal haben sie wir sie schon gefunden. Machen wir einfach die Quest. So. Banking. Account. Restaurant von 800. So. Okay. Dann. Zum Agier-Gilde. Machen wir uns einen Zauber, der unsere Ausdauer wieder herstellt. Wieder herstellt. Was haben wir eigentlich in dieser Aufnahme bisher eigentlich gemacht? Eigentlich... Ja, wir haben nur versucht, aus dem Dungeon aus dem Schloss Weyres rauszukommen und mehr nicht. Hehe. Aber wisst ihr was? Ich bleibe einfach Wehrwolf. Ist mir doch jetzt egal. Da oben ist die Magier-Gilde. Egal. Dann bleibe ich einfach Wehrwolf. Weil wenn wir jetzt dann wieder uns heilen lassen, dann sind wir wieder so schwach. Das möchte ich auch nicht. So. Zauber machen. Muss ich dort hinter. Mixspells. So. Was für ihn brauchen wir nochmal? Endurance. Okay. Restore Endurance. So. Das passt. Icon. Irgendwas Grünes hatte ich gerne. Irgendwas Grünes. Das ist nicht so richtig grün. Gibt es hier nichts, was so knallgrün ist? Nein, das sieht komisch aus, das Symbol. Ja, nehmen wir das da. So. Edifact. Heal. Heal oder Restore? Hier. Heal. Endurance. Ah, halt. Das war falsch. Genau. Das würde alles erhöhen. Okay. Will ich nicht. Das sollte auch, müsste auch ausreichen. So. Exit. Bye. Exit. So. Restore Endurance. 15. Ja. Wieder 94. Okay, dann. Wenn wir eh schon mal hier sind, könnten wir auch zum Trainer gleich wieder gehen. Training. Ja. Alteration. Wie weit sind wir jetzt schon mit Alteration? Hier nicht. 33%. Okay. Da geht ja noch einiges. So. Dann. Was machen wir jetzt? Ich weiß, wir machen mit der dunklen Bruderschaft weiter. Nein. Ich will das Pferd. Ich will bei der dunklen Bruderschaft mal ein bisschen aufsteigen. Damit wir Tränke brauen können. Nein. Ich verklicke mich die ganze Zeit gerade eben. Auch das ist aus dem Pulten von Unterwegs in Düsterburg benutzt. Halt. Das ist der Trainer. Wirklich sehr viel Musik wurde aus der Gervor benutzt. So. Gut fest. There is a trait in the Brotherhood. You will perform the necessary accounting on this liability. Will you not? Yes. Very good. The trait has taken refuge in the Tower of Buckingham to the west. If you have not returned in nine days, your honor will be forfeit and another will take your place. Do you, do not fade us in this window. Okay. Wo Tower of Buckingham? Reisen wir hin. So. The Tower of Buckingham. Hart. Perfekt. Zwei Tage. Zwei Tage hin. Zwei Tage zurück. Das sind vier Tage. Das heißt, wir haben fünf Tage Zeit. Wow. Stealth, running, alteration, hand-to-hand. Und noch so viel. Ich glaube, da drin... Wasser? So. Ist der hier der Eingang? Nein. Wo ist der dann? Man sieht ja eigentlich immer in die Richtung, in der der Dungeon ist. Wir haben auf den Turm da geschaut. Also, müsste es irgendwo hier sein. Vielleicht da drin? Nein. Dann ist es vielleicht doch dieses große Gebäude. Aber ein Turm? Naja. Für einen Turm finde ich das ziemlich groß. Da! Aber... Mich würde interessieren, ob es da auch hoch geht. Also rein. Nein. Hier geht es einfach nur wirklich nach oben. Aber das ist auch an der Tür. Da will ich rein. Ein Skorpion! You're paralyzed? Fri... Oh. Ähm, habe ich noch irgendwas, was mich... Ach, das habe ich vergessen zu verkaufen. Ähm, ähm... 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 Mist. Müssen wir aushalten. Machen wir mal noch den Ring ein bisschen. Solange er noch hält. Machen wir mal kurz. Machen wir mal kurz. Machen wir mal kurz. Machen wir mal kurz.